Art of Spirit Art of Art Art of Art Art of Art 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 Das Lehmhaus der Verwandlung Seine Schultern waren tiefenentspannt. Seine Augen gingen langsam auf und erblickten eine scheinbar neue Welt. Sein Kiefer war locker und sein ganzes Dasein war befreit. Er war noch sehr jung, als er sich das letzte Mal so fühlte. Die Umgebung, die er erblickte, war so hell und so reich an Farben. Es war fast ein wenig zu viel an Schönheit, aber er konnte sich dem Ganzen dennoch hingeben. Es brauchte keine Worte. Es gab keine störenden Gedanken. Er saß einfach nur da, in einem simplen, aber schön eingerichteten Lehmhaus, mitten in der Natur. Er genoss das Warten ohne Ziel. Hinter ihm glühten wohlduftende Holzreste im Kamin. Er saß auf einer braunen Schafwolle, welche das am Bodensitzen wirklich angenehm machte. Er atmete tief ein und aus. Sein Körper bewegte sich sanft und dabei ließ er gekonnt den letzten Moment los. Erst jetzt bemerkte er, dass sein Gegenüber gar nicht mehr vor ihm saß. Anscheinend gelangte er durch die Wahrheiten, die sein Gegenüber mit ihm teilte, in eine Art Trance, sodass er die Zeit und den Raum um sich komplett vergessen hatte. Er war weder glücklich noch traurig. Er existierte einfach und nahm dabei sein Selbst wahr. Seine Augen glitten durch den Raum und er empfand tiefe Zufriedenheit. Eine alte Holztür knarzte in der Ferne und weckte seine Neugier. Sein Blick ging langsam in die Richtung, aus dem das Geräusch kam. Schwere Schritte kamen näher auf ihn zu und kurz fragte er sich, wer das wohl sei. Doch dieser Gedanke verblasste schnell wieder. Er gab sich dem, was kommen mag, hin. Im nächsten Moment stand da plötzlich ein Mann im Türrahmen. Dieser wirkte überfordert und müde. Nach ein paar weiteren mühseligen Schritten setzte sich dieser auf eine massive Holzbank gleich gegenüber von ihm. Träge und schwer, als würde er eine Last von vielen Leben mit sich tragen. Er beobachtete den müden Mann eine Zeit lang, ohne etwas zu sagen oder zu tun. Der Mann senkte seinen Kopf, als wolle er ihn in seinem Körper vergraben. Seine Hände bewegten sich dabei nach oben und schützten seinen Kopf. Der Mann am Boden beobachtete weiter und ließ dabei einfach sein, was ist. Kannst, kannst du mir helfen, sprach der Mann auf der Bank mit einer demütigen und erschöpften Stimme. Er räusperte sich und sagte erneut, kannst du mir bitte helfen? Dieses Mal mit mehr Kraft und deutlich lauter. Dabei hob er seinen Kopf und schaute seinem Gegenüber direkt in die Augen. Der am Boden sitzende nickte und stand intuitiv vom Fell auf und bot es dem farblosen Mann an. Dieser sprang ein wenig tollpatschig von der Bank auf und setzte sich, etwas unbeholfen, auf das Fell am Boden. Bevor der entspannte Mann sich auf die Bank am großen Eichenholztisch setzte, legte er ein Stück trockenes Holz in den glühenden Kamin. Er war noch immer sehr entspannt, wenn auch leicht besorgt über das, was jetzt passieren würde. Schließlich wusste er gar nicht, wie er dem Mann am Boden helfen konnte. Doch er vertraute und gab sich hin. Langsam, aber sicher, begann er dann zu sprechen und sagte Folgendes. Du bist einzigartig. Ich weiß, dass du denkst, alles sei fürchterlich. Doch du bist und bleibst einzigartig. Es mag so aussehen, als würdest du dich selbst nicht ertragen wollen. Gleichsam möchte ich dich erinnern, dass dein Selbst sich selbst tragen kann. Ja, aber das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter, unterbrach der traurige Mann ihn, während er noch unruhig auf dem wolligen Teppich umherrutschte. Das kann ich verstehen, antwortete der andere von der Bank aus. Vielleicht möchtest du mir dennoch erst einmal zuhören. Vielleicht versteckt sich ja in all dem, was ich sage, doch eine Wahrheit für dich, die dir gut tut, sprach er weiter. Sein Gegenüber brummte leise, als würde sein Körper Ja sagen und nickte leicht mit dem Kopf. Jeder ist einzigartig, nicht nur du. Keiner ist besonders. Wenn jeder einzigartig ist, dann hat jeder ein ganz einzigartiges Leben. Kein Leben kann jemals mit einem anderen verglichen werden. Deines ist absolut perfekt und richtig so, wie es ist. Du hast nur vergessen, wer du bist. Und um das zu sehen, hilft es, das Vergleichen aufzuhören. Dich selbst mit irgendetwas im Außen zu vergleichen, wird nur Leid bringen. Keiner mag Leid. Leid ist kein wesentlicher Teil des Lebens. Es ist etwas, das wir uns selbst antun, weil wir unsere eigene Magie ignorieren, sprach der Mann auf der hölzernen Bank mit sanfter Stimme. Der Raum war für einen langen Moment sehr still und klar. Und dann fuhr er fort und sagte, Ich weiß, dass du sehr viel über Spiritualität kennengelernt hast. Und ich weiß auch, dass du denkst, du hättest es alles verstanden. Vielleicht auch angewandt. Ohne Erfolg. Lass uns ein Experiment machen. Und einfach mal behaupten, dass du nichts über all das wissen würdest. Nehmen wir einfach mal an, du wärst komplett befreit von all deinem Wissen und all deinen Vorurteilen. Befreit von allem mentalen Gerümpel, Die Essenz, die dann bleibt, könnte dennoch hervorragend das Leben, welches dich bewegt, erleben. Dein Körper würde dennoch existieren. Dein Herz würde schlagen und dein Gehirn würde all die chemischen Prozesse regulieren. Ich erwarte nicht von dir, dass du dein Wissen aufgibst. Ich möchte dich lediglich darum bitten zu sehen, dass das Wissen alleine keine Macht hat. Das wird uns zwar von klein auf beigebracht, und doch ist es eine Lüge. Nur, wenn Wissen verstanden wird und dann Anwendung findet, ohne Zutun von mentalen, strategischem Wirrwahr, kann Weisheit gedeihen, kann Weisheit befreien. Der Mann vorm Kamin schnaufte tief und sagte, Keine Ahnung, ob mir das jetzt was bringt. Kann schon sein, dass Wissen nicht alles ist, aber es hilft uns doch, voranzukommen. Wir brauchen das Wissen, sonst würde alles den Bach runtergehen. Oder was meinst du überhaupt damit? Ich weiß nicht, ob du offen genug bist, um das zu hören, was ich dir sagen möchte. Jedoch werde ich es probieren, denn schließlich bist du auf mich zugekommen und ich folge meinem Körperimpuls. Du hast mich um Hilfe gebeten, nachdem ein anderer Mann, der dir außen entgegenkam, dir empfohlen hat, zu mir zu kommen. Stimmt's? Sagte der entspannte Mann. Ja, das stimmt. Woher weißt du das? Fragte der andere ein wenig verblüfft. Das ist jetzt gerade nicht wichtig, aber du wirst es noch verstehen. Versprochen. Zuerst möchte ich dir etwas Essentielles mitteilen. Ich möchte dir von der möglicherweise größten Lüge erzählen. Das kann sehr unangenehm werden, aber auch befreien. Bist du bereit? Fragte er den noch immer verkrampften Mann am Boden. Okay, schieß los, kam als Antwort, wenn auch ein wenig zögernd. Die größte Lüge, die wir uns als Menschen erzählen, die wohl größte Täuschung, die wir verehren, beschützen und festhalten, die mächtigste Illusion von allen ist die eitle Annahme, wir hätten einen freien Willen. Wir sind so gefangen in unserem Denken, unseren Wünschen und Begierden nach Dingen, Orden und Menschen, jenes, das wir nicht besitzen, dass wir nie auf die Idee kommen, zu kapieren, dass wir dabei gar keine echte Wahl haben. Du hast keine Wahl. Ich habe keine Wahl. Wir sind alle nur Spielfiguren des großen Ganzen, Aspekte des Lebens, das sich selbst entdeckt. Vielleicht hilft es dir, wenn du dir vorstellst, dass wir Teilchen von einem größeren Organismus sind, so wie wir selbst aus Billionen von Zellen bestehen, die sich um ihre Aufgaben, ohne wirkliche Wahl zu haben, kümmern. Und dennoch bist du genauso wichtig und wertvoll wie jeder andere. Du hast eine Aufgabe und die anderen haben ihre. Jeder gemeine und miese Typ ist genauso essentiell für das Ganze wie jeder brave und heldenhafte. Keiner von uns hat wirklich die Macht, mit dem Verstand eine perfekte Entscheidung für das eigene Leben zu treffen, denn der Verstand ist nur ein Echo unseres reflektierten Bewusstseins. Das Gehirn, der Körper, weiß bereits, dass er Hunger hat, noch bevor der Verstand denkt, er habe nun erfunden, dass wir etwas essen sollten. Doch wir sind sehr, sehr ignorant. Wir vertrauen unseren Verstand mehr als unserem Körper und dabei dient uns unser Körper von der ersten bis zur letzten Sekunde in absoluter, bedingungsloser Liebe. Der Körper ist immer für uns da, egal was wir ihm antun. Doch was macht der Verstand? Er bringt uns immer wieder ins Chaos, lässt uns immer wieder die gleichen Fehler machen und führt uns immer wieder in die Irre. Und jedes Mal hören wir erneut auf diesen Teil in uns. Genauer gesagt passiert das, indem wir, anstatt unserem Körper zu vertrauen, den lauten und kreischenden Stimmen des Verstandes nachgehen. Ich will, ich muss, ich sollte, ich könnte und all das Handeln aus dem Verstand wird dann für den Menschen erkennbar, indem er Leid, Frustration, Wut oder Bitterkeit spürt. Ich weiß heute, dass Leid nur ein Nebenprodukt ist und nicht eine der Hauptzutaten des Lebens. Leiden ist ein Hinweis dafür, dass der Körper sich in die falsche Richtung bewegt, denn der richtige Ort ist absolut wichtig für die Erfüllung des eigenen Lebens, sprach der Mann auf der Bank mit einer fast schon predigenden Stimme. Kopfschüttelnd und verwirrt stammelte das Gegenüber. Äh, warte mal, was? Ne, 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 das kann nicht sein. Also ich meine, das wäre zu verrückt. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Ich dachte, wir sind Götter in Menschenkörper und wir sind hier, um die höchsten Ebenen des Bewusstseins zu erreichen. Ja, und all die Bemühungen, Karma-Yoga und diszipliniert sein und so weiter. Also wir müssen doch gute und liebende Menschen werden. Licht und Liebe als Ziel. Egal, was es kostet. Ohne Fleiß kein Preis. Das kann man nicht einfach so. Dazu braucht man jahrelange Erfahrung mit spirituellen Meistern und Lehrern. Ich weiß nicht so richtig, das klingt so einfach. Der Mann auf der Bank hatte ein freundliches und verständnisvolles Gesicht. Er nickte sogar leicht und antwortete nach einer kurzen Pause Folgendes. Müssen wir das wirklich alles tun und sein? Genügt es nicht, dass wir existieren und unsere Individualität ausleben? Lass uns dazu vielleicht einen kurzen Blick in die Natur werfen. Ich persönlich habe noch nie ein Pferd oder ein Eichhörnchen gesehen, wie es diszipliniert versucht, zu meditieren oder Yoga zu machen, um ein möglicherweise besseres Leben zu erreichen. Wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass wir selbst auch Säugetiere sind. Zwar intelligent und oft auch blöd in vielerlei Hinsicht. Ja, wir haben zwar dieses unheimliche Potenzial der Selbstreflexion, den Zugang zu emotionalen Tiefen und gleichsam sind wir eben Teil der Natur. Wir stehen nicht über dieser. Wir denken das zwar und handeln oft dementsprechend, was genau die Dilemmata mit sich bringt, die wir in dieser Welt sehen. Doch die Natur wird immer gewinnen und die Natur braucht sicherlich nicht uns als Menschen dafür. Stell dir mal vor, wie die Welt wäre, wenn wir einfach nur im Jetzt voll und ganz unser Selbst zum Ausdruck bringen. Wenn wir wirklich akzeptieren würden, dass die Natur uns beherrscht, anstatt andersherum. Und das bedeutet nicht, dass wir ständig etwas tun oder erreichen müssen. Manchmal ist Ausruhen, Nichtstun und schlichtweg Sein viel effizienter. Das ist eines der Schlüsselwörter, finde ich. Effizienz anstatt Effektivität. Wenn mein Leben sich effizient erfüllt, habe ich eine viel angenehmere Reise, als wenn es sich nur effektiv erfüllt. Natürlich kann es effektiv sein, einen Berg, der im Weg steht, wegzuspringen. Aber ich bezweifle, dass dies effizient ist, denn vielleicht war der Berg einfach nur ein Hinweis dafür, dass ich dort gar nicht entlang muss. Das Prinzip des Lebens ist Schöpfung und nicht Zerstörung. Das Leben fließt und gedeiht von ganz allein. Wobei der Zerfall von Dingen natürlich auch ein Teil des Lebens ist, keine Frage. Jedoch nur der kleine Geist denkt, dass etwas wirklich für immer verschwindet. Was wäre, wenn du dich einfach dem Leben hingibst? Was wäre, wenn du morgens aufwachst und nicht deinem lauten Verstand Folge leistest? Was wäre, wenn dein Leben ein Film wäre, in dem du die Hauptrolle spielst, ohne überhaupt aktiv beteiligt zu sein, denn es benötigt keine gesteigerte Anstrengung, um dein Schicksal zu erfüllen? Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Wäre das nicht unglaublich befreiend? Eine Stille kehrte im rostroten Lehmraum ein. Durch das kleine Fenster kamen warme Sonnenstrahlen und erleuchteten den kargen Raum. Beide blickten sich in die Augen. Es gab einen Moment der Klarheit, der über Kilometer weit gespürt werden konnte. Das war ein Moment der Wahrheit für beide, ein Moment der Befreiung des Selbst. Doch leider war es nur von kurzer Dauer, denn der Mann am Boden verfiel wieder in Zweifel und angelernte Perspektiven. Das ist wirklich harter Tobak. Etwas in mir resoniert wirklich sehr stark damit. Es ist fast wie das Gefühl von Heimat. Doch gleichzeitig spüre ich eine enorme Angst davor. Mein Verstand wehrt sich enorm gegen diese Aussagen. Ich habe Angst, dass es wahr sein könnte. Ich fürchte mich davor, dass ich viele Jahre einfach vergeudet haben könnte. Oh Gott, das wäre ja... Uff, ich will gar nicht darüber nachdenken. Das kann ich sehr gut verstehen. Du musst mir auch nichts davon glauben. Du darfst alles sein und tun, was immer du möchtest. Meine Aufgabe ist es dir, diese unkonventionellen Ideen zu vermitteln. Ich habe keine direkte Lösung für dich, aber ich weiß, welche Dinge zerstört werden müssen, um Raum für Neues zu schaffen. Was von dem Gesagten bei dir ankommt, weiß ich nicht. Hast du dich nie gefragt, wie viele Ichs von dir in den Köpfen von anderen Menschen existieren? Kann dich jemand wirklich kennen, außer du dich selbst? Und oft kennen wir uns selbst nicht. Wir tun alle nur so, als würden wir wissen, wie das Leben funktioniert. Wir tun so, als würden wir uns selbst und das Gegenüber verstehen. Und doch haben wir enorme Schwierigkeiten damit, uns zu erlauben, inkompetent zu sein. Unser ewig schnatternder Verstand will unter keinen Umständen Schwäche zeigen. Oder noch schlimmer, hilflos sein. Was für ein wunderbares Wort. Hilflosigkeit. Für mich trägt dieses Wort eine Frequenz von tiefer Freiheit in sich. Ich erlaube mir, hilflos zu sein. Ich weiß nicht, was passieren wird und wie ich handeln werde. Ich habe keine Kontrolle über das Leben und über all die verschiedenen Möglichkeiten. Und das muss ich auch gar nicht. Ich bin darin absolut hilflos und dadurch gleichsam befreit, alles zu sein, was korrekt sein kann. Der Widerstand zum Leben fällt dadurch weg. Schlussendlich ist alles, was Widerstand in uns erzeugt, ein Hinweis dafür, dass wir nicht korrekt leben. Es muss ja eine Art Mechanismus geben, der uns durch das Leben führt und uns erinnert, damit wir wieder in die Spur kommen. Wir alle lieben es, wenn es keinen Widerstand gibt, wenn es einfach fließt und harmonisch ist. Und weil ich weiß, dass Harmonie kein ewiger Zustand ist, möchte ich außerdem hinzufügen, dass auch, wenn eine Reibung entsteht und keine gefühlte Harmonie in Sicht ist, es dennoch richtig und wichtig sein kann. Denn manchmal sieht man die Dinge erst im Nachhinein. Ich würde sogar behaupten, dass jede Erfahrung eigentlich erst im Nachhinein völlig verstanden werden kann. Wir leben unser Leben in gewisser Weise rückwärts, weil wir erst am Ende alles oder vieles begreifen werden, sprach der Mann auf der Bank, lehnte sich dabei entspannt zurück und lächelte verständnisvoll. Ein weiteres Mal gab es den Moment der angenehmen Stille. Der Raum hatte die perfekte Temperatur, nicht zu kalt und nicht zu warm. Es war ruhig und die Energien im und um den Raum waren anregend, aber nicht überstimulierend. Es war ein weiterer Moment der tiefen Klarheit. Das brennende Stück Holz wurde langsam zu Glut und knackte noch ein letztes Mal. Dieses Geräusch veranlasste den Mann am Boden Folgendes zu sagen. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, woher du das alles weißt, aber ich spüre einfach, dass das eine so mutative Wahrheit in sich trägt, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, warum ich überhaupt schlecht drauf war. Ich weiß nicht, ob es deine Stimme ist oder nur dieser wirklich wunderschöne Raum. Was ich weiß ist, dass ich keine Lust mehr habe, im Widerstand zu leben. Ich habe die Schnauze voll davon. Ich möchte mich gerne vom Leben tragen lassen, ebenso wie du davon erzählt hast. Das ist es doch, was du gesagt hast, oder? Dass man sich einfach in das Leben hinein entspannen kann. Ich will das. Ich sehne mich sehr danach, aber ich weiß nicht, wie das geht. Kannst du mich darin unterrichten? Was für Übungen soll ich machen? Wie geht das? Zuallererst ist Wollen nicht der beste Ausgangspunkt, denn reine Willenskraft trägt keine Bewusstheit in sich. Also darfst du auch das Wollen loslassen. Es wird sein, wenn es sein wird. Und dann brauchst du niemanden, außer dich selbst. Du weißt am besten, was zu tun ist. Niemand im Außen kann dir sagen, was du tun sollst. Niemand im Außen hat das Recht, dir irgendeinen Befehl zu geben. Natürlich können wir uns unterhalten und uns inspirieren. Jedoch bist ausschließlich du selbst dein einziger Berater. Denn du siehst und hörst sowieso nur das, was du sehen und hören kannst. Was ich damit sagen möchte, ist, die Zeit der Gurus ist vorüber. Es ist Zeit, aufzuwachen. Jetzt ist immer der perfekte Ort. Jetzt ist immer für dich da. Das Leben wird immer auf deiner Seite sein. Dein Körper wird immer Lebendigkeit anstreben. Hingabe geht nur, indem man sich hingibt. Man kann Hingabe nicht üben, so wie man schwanger sein auch nicht üben kann. Man ist entweder schwanger oder nicht schwanger. Es gibt kein dazwischen. Entweder bist du als ewig altes und beobachtendes Bewusstseins Teilchen bereit oder eben nicht. Und wenn nicht, dann ist das dennoch Hingabe, nämlich an das Nichtbereitsein. Erinnere dich, es gibt dabei keine Wahl und es braucht auch keine Wahl dabei. Das Leben lebt sich selbst und drückt sich in seiner Lebendigkeit durch deine Körperlichkeit aus. In Wahrheit gibt es nur das Yin, denn das Yang ist nur eine Erfindung vom Yin, damit das Yin sich nicht langweilt. Sprache macht alles so schwierig, denn jedes Wort trägt so viele Geschichten in sich. Hingabe kann auch aufgebend sein, Hingabe kann auch loslassend sein, Hingabe kann aber auch Akzeptanz sein. Durch das Akzeptieren, was ist, wird das, was limitiert, automatisch transzendiert. Wir sind alle begrenzt, doch wir denken, Begrenzung ist etwas Negatives und dabei sind fast alle großartigen Erfindungen durch den Druck der Begrenzung entstanden. Oder denkst du, wir würden Flugzeuge haben, wenn wir selbst fliegen könnten? Wir haben irgendwann einfach ein Wort erfunden, das Zustände und Dinge in seiner Qualität bewertet, meist abwertet. Und dabei ist Bewertung subjektiv, denn es entspricht nur dem Geschmack des Bewertenden. Wenn wir alle verstehen würden, dass Beurteilung nichts Persönliches ist, sondern vom Leben nur deshalb integriert ist, damit wir als Kollektiv weiterhin erfolgreich in die Zukunft gelangen können, dann würden wir keine Wörter wie Negativ oder Positiv brauchen. Wir würden sie nicht benutzen, um das Gegenüber persönlich anzugreifen, was wir meist nur machen, weil im Gegenüber etwas ist, das wir an uns selbst nicht annehmen können. In der korrekten Anwendung würden wir schlichtweg sagen, dass dies etwas ist, das nicht meinem Geschmack entspricht und dass jenes etwas ist, das meinem Geschmack sehr wohl entspricht. Dass dies etwas ist, womit ich mich identifizieren kann und dadurch meistern werde oder eben nicht. Es ist ein inhärenter Baustein, um Talent zu ergründen. Es würde das Gegenüber, wenn beide es verstehen, nicht in dessen Einzigartigkeit begrenzen oder abwerten. Und das führt zu wahrer Liebe. Denn wahre Liebe ist ganz simpel. Echte Liebe akzeptiert das Gegenüber in allem, was es ist oder sein wird. Denn diese Liebe versteht ohne Verstand, dass alles genauso wie es ist, perfekt ist. Die echte und einzige Liebe, die es gibt, ist die Liebe zu dir selbst. Und selbst diese Liebe ist nicht gebunden an nur einen Ort. Sie ist von überall und wirkt ins Überall, sprach der Mann mit inspirierender Klarheit. Er war so beflügelt von dem, was er da von sich gab, dass man denken könnte, er wüsste gar nicht, was er da erzählt. Sein Gegenüber schien viel entspannter zu sein und hatte glasige Augen. Er sprach mit einer geerdeten Stimme. Ich danke dir. Das berührt mich dermaßen, dass ich plötzlich das Gefühl habe, alles verstehen zu können. Und das Schöne dabei ist, dass ich nicht daran interessiert bin, es verstehen zu müssen. Es versteht sich von selbst. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich weiß jetzt, was passieren möchte. Und so schloss der Mann am Boden seine Augen. Der neugeborene Prediger stand leise auf und verließ den Raum. Er schloss die schwere Holztür sanft hinter sich und lief über die weiche Wiese in eine unbekannte Richtung. Nach ein paar Schritten kam ihm ein trauriger Mann entgegen. Dieser Mann erblickte ihn und fragte, ob er vielleicht ein Ohr für ihn hätte, denn er müsste unbedingt mit jemanden sprechen. Er sagte, dass er einfach keinen Sinn mehr im Leben sieht. Der Prediger wusste, was zu tun war. Er begriff erneut, um was es eigentlich ging und riet dem Mann, dort drüben ins magische Leben auszugehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, inspiriert hat, dann lass mir doch gerne einen Kommentar da. Und wenn du mehr solche spannenden, inspirierenden Geschichten lesen möchtest, dann schau doch einfach auf artofbookshop.com. Dort kannst du dieses Buch erwerben, aber auch auf Amazon. Den Link schreibe ich dir in die Beschreibungsbox. Schöne Zeit dir. Lieb dich selbst. Ciao, ciao.